Moin moin und da sind wir wieder. So, wir sind jetzt auf Asura Reisen zu den Vivern. Asura Reise. Ich glaube, jetzt soll das hier hoch. Dadam dadam. Will ich keinen Pilz nehmen? Den kann ich noch nicht benutzen. Den was für Pilz? Den Geschwindigkeitspilz kann ich noch nicht nutzen. Mal sehen, ob es trotzdem geht. Deswegen rennt uns der Kleine immer so weg. Der ist die ganze Zeit auf Pilze. Auf die Lunge. Ja. Du kommst, ihr Hälften ist mit. Zeit, einen echten Schatten anzurichten. Wir sind doch dabei hier. Was gesammelt. Ah, aber hier könnte man auch hochkommen. Ach Gott. Dreckswind hier. Mild denn. So. Dann den Hüpfpilz. Ne, warte mal. Warte mal. Mal gucken. Glaube ich ja. Weiß noch nicht, hier oben muss ich mal selber gucken. Immer wieder. Aber hier oben war ich noch nicht drauf. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, noch keine Hüpfpilzbeherrschung. Als wir beide das erste Mal gelang gelaufen sind, DJ. Ne, ne. Das hatten wir noch nicht. Da können wir nicht rum. So Leute. Nur nicht so schnell. Damit wir über die ganzen grünen Ranken hüllen. Ach du Scheiße. Über welche grünen Ranken? Moment. Wo bist du? Irgendwo im Nirvana. Ich glaube mal nicht so weit vor. Ja, hätte ich mal lieber nicht mal gemacht. Oh, ich habe irgendwas entdeckt. Wo seid ihr beide? Moment, ich komme nach. Irgendwo. Du musst, glaube ich, nochmal auf der anderen Seite. Nochmal starten. Ich werde ja jetzt eh keine Wüfern greifen mit meinem Wächter. Der hat ja nicht so viel mit Wüfern zu tun. Du weißt ja, an welcher Wegmarke wir waren. Von da aus können wir dann, glaube ich, auch weiter für die Sehenswürdigkeit. Die sind wieder besetzt. Die sind wieder belagert. Ja, aber hinlaufen kann er ja. So, wollen wir mal gucken jetzt. So, dann. Na, jetzt bin ich ja wieder höher. Dann wollen wir mal selber gucken wieder. Okay, irgendwas habe ich hier entdeckt. Okay, dann kommen wir hier wieder hoch. Jep. Ungetintet. Okay, warte, hier unten wahrscheinlich drauf. Ja, kommst du da nicht mehr raus? Doch, doch. Doch. Es gibt die auch noch da? Ja. Mit seinem Handy. Ja, so. Wartet mal. Oh, Explorator abgeschlossen. Baskinus-Schwelle, alle Gebiete. Ich glaube, hier im Himmel habe ich noch einiges unerkundet. So, okay. Geht, ihr hört mich nicht mehr so auf die Pelle, ich seh ganz nix. Ja, dieser dicke, dicke Nohren. Hier, nicht da hoch. Da oben hoch brauchen wir nicht hoch. Nee, ich guck nur mal. Nee, ich guck mal. Tja. Oh, hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen jetzt... Hier rüber. Ich glaube, so sind die meisten Guild Wars Tode entstanden. Ich guck nur mal. Ach da, bei den Feuerwüfern, den... Da ist ja auch ein Erfahrungspunkt, oder nicht? Ja. Jetzt nicht übereifrig werden. Wenn der da ist, dann habe ich ihn auch schon. Ah, da hinten kann man hochlaufen? Okay. Ja, ich weiß nicht, ob er nicht hochspringen kann. Okay, das geht. So, jetzt gehen müssen wir da hinten rüber, und da sind sie alle. Ja, junge Feuerwüfern, ich seh sie auch. Da, ja. Wo? Aber erstmal ist ein junger Elektro-Wüfern. Warum kann ich die denn nicht? Die kriegst du nicht beim Drachen der Dschungels. Okay, so, und wo war jetzt die junge... Uh, schon wieder was abgeschlossen, geil. Schöne mal Viva, schöne mal Viva. Oh, hier brennt's, ey, Hilfe. Wo haben wir denn jetzt die grüne junge Viva gehabt? Ja, okay, von mir. Nach da. Ciao. So, was hat es... Gab's noch eine Sehensfähigkeit, oder was war das denn? Also, es gibt irgendwo einen Punkt, wo man so gegen Wüfern kämpfen muss, auf jeden Fall. Wo man dann Erfahrung kriegt, aber er scheint nicht hier zu sein. Nee, der ist woanders. Der ist weiter oben im Norden, meine ich. Da gibt's ne ganz große. Wort ist, hast du einen? Nee, jo. Hier müssen aber welche sein. So, nee, ich hab, ich hab, ich hab. Was hast du nur, oder hast du nicht? Ich hab, ich hab's. Das ist ein Quatsch, komm. Nee, ich hab nicht. Das müsste doch einer haben. Ach, nee, diese Weiber. So. Gibt's noch was anderes hier oben? Ja. Der Kessel? Ne Truhe, oder so? Nee. Das ist egal, jetzt nicht, eigentlich. Was hast du? Spuckst vom Backrand, oder was? So. Wunderbar. Hast du eigentlich schon mal einen Sonnenaufgang gesehen? Hä? Was? Der muss sich da mal hinstellen. Guck mal den Sonnenaufgang an, hier. Der sieht hier. Der schnurlt sich, der sieht offen. Man hat ja sonst nichts zu tun. Man hält sich ja hier hin und guckt den Sonnenaufgang an. Ja, ich guck an, der hat mein Schwert. Okay. Ja, ich guck an, der hat mein Schwert. Ja, ich guck an, der hat mein Schwert. Einst du hier einstellen, wie du willst. Mhm. Das ist sehr nett. Und die neuen sind dabei. Und die neuen Werte sind auch dabei, genau. Wo wollt ihr nur hin? wieder zurück zu der wegmarke hier unten und von da aus dann mal weiter und hier nach der im aussichtspunkt so etwas wieder mit systemen der dicke hule norden rennt einfach die menschen mädel hinterher genau so dann hat praktisch system ja einmal außen um die karte dann mittendurch und zwischendurch sich verirren das ist doch oben und unten genau wie daran tier aus der wildnis ist hier er gibt auch einen erfolg oder nicht war da nichts ja hallo 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 schöner brandangriff gefällt mir so jetzt ist natürlich der aussichtspunkt oben ist natürlich klar aber man kommt auch ganz gut hoch indem man diesen hüpfelz da unten benutzt ja naja erst mal will ich im fahrmach für strafe loswerden hau auch auch gut so wie er nicht die Treppe aber ich kann ihn nicht betätigen, warum kann ich den nicht betätigen. Weil du im Kampf bist so ich sehe euch. Wenn du im Kampf bist geht es nicht so ich bin jetzt beim da anscheinend war ich nicht im Kampf. Hure wir überleben dich auch gleich wieder. Ja so wie deiner dude. Ja ich bin nur um die ecke dran und war direkt tot. Ach da war doch dieses Olle Colosseum mit den ganz vielen Hüpfpilzen. Da war doch irgendwas zu erledigen. So wo liest du denn jetzt? Hinter dem Pfeiler. Das dürft euch zum schweigen gehen. Die Schafe wirst nicht allein. Gott macht Pierscher ja gut das erklärt einiges. Also ich bin gar nicht in den Kampf gekommen. Ich bin direkt umgefallen. Um die Ecke gerannt und tot. So jetzt wieder hoch, Junge. Ich habe euch enttäuscht. Mordremance. Mö, 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 mö. Ich habe eine Truhe gesehen auf der Brücke. Luftschifffracht, ja. Natürlich, ich habe schon wieder zu viel dabei. Ich glaube der Herrschungspunkt muss ja auch noch irgendwo in der Nähe sein. Heldenpunkt oben. Gar nicht so ganz weit oben. Ich habe alles gebrochen, ich glaube ich dann muss. Ja ja, ich brauche den auch noch. Da hinten geht es hoch glaube ich. Guck mal da hinten hin. Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Hüpfspilz. Und da unten ist, äh, habt ihr die Sehenswürdigkeit schon da unten? Ja. Oh ja, hier geht es hoch, auf jeden Fall. Hui. Spürt die Macht der Summenkarte. Vielleicht hier hinten rum? Ne. Ah, jetzt sehe ich ihn auch auf der Karte da. Ne, da geht nicht rum. Moment, ich glaube ich habe hier was. Also das sieht sehr nach einem besonderen Eingang aus. Ah, ich habe ihn. Moment, ich führe euch gleich. Also ja, den Pilz da benutzen. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Genau, und dann kann man da hinten eigentlich durch. Was? Zwei von elf erst? Ups. Hast du ja bald angeschafft. Ja. Zwei von elf. Oh, hier regnet Steine, die wehtun. Ach, gar nicht. Bestimmt nicht. Wie bist du da denn hoch? Du Cheater. Einfach gehüpft. Gehüpft. Nö, ging. Von der Treppe aus. Ein paar Stufen hoch gehen und um die Ecke hüpfen. Äh, öfter. Um die Ecke hüpft was? Ja. Bringt uns nur nichts. Nö, ich wollte nur mal gucken. Wollte nur mal gucken. Da haben wir es wieder. Und alles läuft hinterher. So, dann schauen wir mal, dass wir nicht von Steinen erschlagen werden. Also hier haben wir glaube ich alles, ne? Ja. Hier haben wir noch Spinnen. Hier hinten gibt's einen Heldenpunkt. Die ganze Richtung. Wo? Hier, auf der Karte markiert. Den hab ich noch nicht. Habt ihr den? Oh, ich seh den nicht. Also ich zeichne mal ein. Was? Ja, ich zeichne. Was zeichnest du? Ach, da hinten. Hier ist aber auch noch was. Hier ist ne Sehenswürdigkeit. Wo? Ja. Äh, Aussichtspunkt hier. Da. Ach so, okay. Ja, ja. Kann man auch hin. Dann müssen wir mal Guma brechen, ne? Oder? Oder rüber laufen. Rüber. Laufen würde ich. Das nehmen wir mit. Okay. Upsi. Na super. Die Stärke des Models. Ach Gott, wie viele sind hier denn? Hier läuft doch gerade noch ein Event. Aber dann machen wir doch mal beim Event mit. Oh. 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 Wer war das? Das war eigentlich. Das war eigentlich. Das war umgefallen. Das war umgefallen, ja. Kopf auf der Tastatur. Boah. Nö, nö. Eskortieren muss man hier. Naja. Larrantier, ne? Ja, wo ist der denn? Der muss da oben irgendwo langlaufen. Weil dann müssen wir, glaube ich, mal hier Treppen nehmen. Was ist denn hier für ein Durchgang? Oben Eingang. Ah ja. Ach so, jetzt nicht hier unten. Schatten anzurichten. Ja, freu doch nicht. Ich bin überall! Das spürt ihr noch tagelang. Du gehst! Du gehst! Oh, prächtig! Oh, prächtig! Oh, prächtig! Oh, prächtig! Wir kommen auf jeden Fall ein paar an. So ein Mini-Zerk. Okay, ja. Zerk. Mal sehen, wo die wollen. nein ich wollte nicht wieder runter springen also man kommt doch hier hoch okay hier kommt man nicht hoch keine chance das ist auch unten durch ich glaube jetzt hier in der zwischendecke mann okay hier habe ich ihn gefunden da ist er garantiert der wildnis der alte brokkoli ihr müsst dann die treppen hoch dann kommt ihr müsst aufpassen genau in der ecke steht er ich bin tot aber der macht hier nichts die blassen räuber rücken in die ruinen vor ach gott ihr seid ja ganz woanders wer bei den anderen da sind doch zwei ich bin bei larantir die anderen beiden sind ich bin oben woanders ich bin bei imnisbrecher oh man ey wie komm ich hier rüber ich bin bei faktor juhu hallo wo ist denn jetzt unser der liegt bei mir in der nähe ich glaube wir sind hier bald schon beim aussichtspunkt hier oben rüber geht es noch etwas schneller wenn ihr jetzt rum kommt dann bildet ihr uns ja weiter 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 genau 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 ja da weiter weiter ja okay ja hier sind wir erst mal ein paar gegner jetzt bin ich ja ja wunderbar das muss bei mir auch gleich kommen in der nähe zeit echten schaden anzurichten ach ja da kommen wir kommen gleich die anderen beiden bringen sie auch noch verstehen geht aber gut der mensch wenn ich das redi seh wir pass auf was auch hier bei mir die stärke des rodels na da ist doch etwas beschädigt ja eine chance deine chance nicht genug aus da habe ich auch nicht gesehen ich bin aber losgelaufen und alle da okay ganz viele wachtpirscher und ja ja ich bin wieder mitten rein und und vielleicht kriegen wir euch ja gleich wieder ja jetzt ist hier alles befreit unter die lebenden oder danke 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 gott hab euch selig das bloß aus dem spiel jetzt geht's ab hier das glaube ich aber auch links kommen sie in massen ich brauche auch keine xp mehr kaputt hier braucht höchsten punkte die stärke des rodels meinst du hauaha ey so ich konzentriere mich gerade auf den gegner ja es mag schon bereitet die nächste salbe vor verteidigt die mörsergranaten wir dürfen die artillerie nicht verlieren bin schneller als ein centaur so hier ist auch einer ja 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 Ach, das ist ein Pilz, wo Geschwindigkeitsverstärker dran steht. Ich habe Geruchsverstärker gelesen. Macht ein bisschen mehr Sinn. Geruchsverstärker. Ich hasse dich zu kleines Inventar. Das wird lustig. Kann man das Ding da oben nicht wegschreddern? Muss mit Mörser machen. Anscheinend treffen die aber nichts, diese Mörser. Oder wir benutzen die in den falschen. Ich gehe jetzt mal alle einen nach dem anderen lang. Der hier. Das macht gerade keinen, keinen Effekt. Das Mörser zu laden. Nö. Aber auch bei so blämmt. Mörser vorwärts. Vielleicht muss ich auch unbedingt diesen Lanzer hier killen. Brennstoffnachschub. Interagieren. Ah ja. Alles klar. Oh, das geht doch. Was die Lebensanzeige... Geht doch nicht runter. Nö. Keine Ahnung. Ich gehe da gerade mal ein bisschen vor. Keine Ahnung. Also die Einschläge kommen. Also die... Erobert das Gebiet zurück, um weiterhin schießen zu können. Irgendwas ist... Warte, da ist hier... Ein Hubschrappschrapp. Macht der... Ich muss den Rest meiner Abteilung finden. So wenigstens Wart. Oh, in dem Gebiet kann man aber nicht gut überleben. Ja, das Gebiet killt einen, ne? Irgendein Gebiet müssen wir aber einnehmen. Normalerweise kommen wir von zwei Seiten. Du Scheiße, ey. Du bist hier rekt. Du meine Güte. Ich sei geschnallt. Gefahrs. Wie gut. So, dann müssen wir doch irgendwie rankommen, hier. Ach Gott. Ja, jetzt lebe ich hier auch. Es ist aber böse, was hier... Ja, irgendwie hierhin. Es sind diese Trolle aber hauptsächlich. Die da so... Probleme machen. Ja. Ja. Gib mir den Ditchi an. Ditchi hat mich wieder verpisst, ganz hinten. Da haben wir wieder... Da haben wir wieder Steine und lass uns hier machen, du. Ja, zumindest wirst du wieder hochgekommen. Er hat doch nicht ein Minus verloren. Jetzt geht es runter. Jetzt geht er ein bisschen runter. Diese faule Sau. Wurde auch angegriffen. Ich wähle dich. Und falls der Arsch hier und er ist da hinten in der Ecke und sammeln Steine. Ja, natürlich. Das war sehr, was er kann. Ja, aber da ist eigentlich hier passiert einfach gar nichts. Nee. Äh, nee. Also ich würde vermuten, das ist das Gebiet, was wir erobern müssen, aber das sehe ich gerade nicht, dass wir erschaffen. Die hauen uns hier eher die Mörser kaputt. Erii. Wenn man seine Augenpappe wegpackt, dann kannst du auch besser gucken. Nein, die ist ganz wichtig. Damit kann ich erst zielen. Ich bin kurzsichtig. Ist natürlich scheiße, als Waldläufer. Der Monocle. Der Monocle. Aber vielleicht kann mich jetzt noch einer hinstellen, weil ich bin fast lebendig. Na, Metatron hast du dann das Wetter aufgeräumt, bist du so weit. Ja, ja. Warte. So. So. Haben wir dich. Ja, Blob macht eine Hilfe. Einwandfrei. Aber warum kriege ich hier so viel ab? Mach doch gar nicht. Irgendwie ist da das Gebiet, äh, tödlich. Ausdauer ist niedrig. Also ich würde hier auch, ehrlich gesagt, weitergehen. Das ist mir... Das hat keinen Wert, ne? Äh. Da hinten ist ein Aufwind. Den will ich mal benutzen. Den hier? Ja. Zumindest können wir da hinten auf, äh, dem Land landen. Wo seid ihr denn? Braucht ihr ab jetzt oder was? Ja, kein Bock mehr. Ich fliege davon. Können wir ja nicht einfach allein lassen hier. Ach, die blöden Wachsagen da, die braucht doch keiner. Ich warte, ob man das ist. Okay. Also Aussichtspunkt ist ja eigentlich das nächste Ziel. Gut, das ist aber noch ein Stückchen weg. Eigentlich zumindest so. Äh, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich bin. Okay, Ausdauer erstmal wieder kriegen. Ich bin hier irgendwo in Schiffsresten. Ja. Und ich sehe hier nichts. Wo du landen wolltest, das war schon richtig. Ja, leider bin ich zu tief gewesen. Moment, vielleicht kann ich hier aber ja nochmal wieder hoch oder höher. Ich hoffe nicht, dass ich für diesen Aussichtspunkt exakt diesen Weg laufen muss. Das wäre ja zum... Wobei, aber mit diesem Aufwind... Wobei, den kann ich von hier nicht nehmen. Da komme ich ja nicht an. Ja, ich sehe ihn, alles klar. Da muss man auf jeden Fall in Aufwind. Ja. Aber den hier kriegt man doch nicht, oder? Ja, wenn der dicke Satin hat, dann schaffst du das um. Ja. Und genau unterdurch, na super, ey. Ja, zu tief, dachte ich mir. Gut, dass ich gewartet habe. Geh du voran, du hast die größten Schuhe an. Ich lass mich sterben hier. Hier ist nochmal ein Aufwind. Der kann helfen. Wo bist du denn? Da lebt er doch schon wieder. Ja, ich... So, das reicht nicht. Rennen da einfach schnell hin, das kann ich probieren. Da muss ich nochmal zurück. So. Was hier? Hier nochmal ein Aufwind. Sollte ich da doch auch bestimmt rübersegeln können. Kommt her, ihr kleinen Raptoren. Jetzt haben wir den anderen mal bald runter, den Champion. Nein, nein. Das passt natürlich wieder nicht. Ja, da freut sich der. Das wird lustig. Ja, ja. Der Erik. Sag es nur, Doha-Sura. Wir haben es geschafft, du, mit den Champion da oben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, nur weil wir die Vorarbeit geleistet haben. Das muss man einfach schon so sehen, ne? Ja, genau. Ups, und hoch. Da muss ich noch drauf. Weiter, 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 nein, 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 reicht nicht. So, dann starte ich von da hinten nochmal, mir doch egal. Von wo seid ihr? Ich räume mal in der Mitte auf. Ich frage mich von wo ihr aus angefangen habt. Nein, 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 nein. Alles klar, ich hab's kapiert. Also ich bin hier auf das alte Schiff... ...fack da. Ja. Bin hier am Schubere geleitet. Wo du zuerst rauf wolltest. Ja. Ich mach mal von hier gleich eine Zwischenlandung und dann... So. Aber du bist von oben dann gelandet, ne? Also du warst oben. Hier komm ich viel zu tief wieder. Es ist... Dieses Drecksfrack ist... Finde ich zu über... Deswegen ist es hier auch ein Frack. Wie hieß der Erfolg mit der legendären Ausrüstung? Mit der legendären Ausrüstung? Ja, und da gesagt es, das hab ich schon. Legendäre Ausrüstung? Ne, aufgestiegen Ausrüstung, oder was ich war, hier wird. Äh, im Moment, ähm... Muss ich mal gucken. Der ist bei Sammlungen, seltene Sammlungen und heißt aufgestiegene Handwerkskunst. Ah, warte mal gucken. Bei seltene Sammlungen, ne? Ja. Ein Schüßfrack. Das habe ich noch nicht. Ah, ja, okay. Da fehlen mir noch sechs Stück. Und da ist die Leichte. Hier. Okay. Puh. Ich hab ihn. Herrje, das war jetzt mal eine schwere Geburt. Und damit darf ich mir das Wrack ansehen, was mich die ganze Zeit geärgert hat. Vielen Dank auch. Ja, ich hab den eh schon. Aussichtspunkt habe ich alle, glaube ich, ne? Ja. So. Ich glaube, wir machen hier mal einen Cut, oder? Boah, sie sind schon bei 34 Minuten. Jo. Jo. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.